Eine Nasenkorrektur ohne OP, 14 Tage nach der Behandlung zur Kontrolle. Man sieht es schön und hier die feineren Korrekturen. Man sollte allerdings noch mal eine ganz leichte Schicht unter der Haut bringen, die Hyaluronsäure, damit die Nase dann den Höcker komplett verschwinden lässt. Ich denke, das erfolgt gerade hier auch. Und dann hat man, wenn ich das noch schön verteile mit den Fingern, hat man hier ein sehr gutes Ergebnis, wie man hier in diesem Fall sieht. Die Nase ist schön gerade, die Nasenspitze ist hoch angehoben, die Patientin ist glücklich. Ich denke, wenn ich das mir so von der Seite anschaue, will ich das auch. Die Patientin sollte jetzt noch nicht lachen, um die Nasenspitze weiter schön oben zu halten. Und ich denke, damit können wir uns heute verabschieden.